Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mega Man 2, Tribut an Vorkraft 5 und wir sind stehen geblieben, oh, welcher Welt ist denn das? Ich glaube Crashman, ah, jetzt ist der auf, das ist die letzten Aufnahme, der hier liegen jetzt, fünf Stunden, nein, du gehst erst mal weg, wie soll denn das gehen? Ach genau, komm mal her, okay, das geht anscheinend nicht, dann mach ich's anders, wie wechselt man da, achso, oh Gott, die Steuerung, okay, ging doch recht zügig, Oh ja, es geht mal wieder los mit der Qual, ich war psychisch zerstört eben Und jetzt bin ich bereit, wieder mich zu quälen mit Schmerzen Oh, welcher Knopf Oh doch, ja, ich bin jetzt wesentlich weniger gespeichert als eben, was einfach daran liegt, dass ich psychisch am Ende bin, in diesem Horror Game Ja, da musste ich was trinken Mein Hals tat, ach du Scheiße Sollte ich hinzufügen, dass das Spiel halbblind ist? Ja, brauch ich nicht, oh Wenn der jetzt nebenunter fallen sollte, spreng ich natürlich, ist ja klar Oh, ja Oh Das Gefäle, es geht weiter, ich hab sowas von viel Bock, um zu fällen, denn für euch fehle ich ganz viel, ganz, ganz viel rum Oh, ey Nur wegen T4Craft, nehm ich diese Schmerzen Ich könnte jetzt schon kotzen Du Arsch Ach, schwitter falscher Knopf Ja, warum lege ich das eigentlich so behindert, dass ich immer den falschen Knopf drücke So, du triffst mich diesmal nicht Friss Oh, das ist ein schwerer Gegner. Oh Gott, scheiße, dieses Rätsel ist so schwer, was muss ich machen? Oh mein Gott, ich schletter mal da hoch. Und hoch, wir gehen da hoch, hoch, wir gehen da hoch, man. Und wir gehen, wir gehen da hoch. Oh nein, wir gehen jetzt da rüber. Oh lol. Oh Gott sei Dank, nicht runtergefallen. Hurra! Wieso sagt es mir, dass ich links hoch will? Oh, nein. Könnte ich ja gerade kotzen. Geh weg, blöder Vogel. Ne, ist es mir nicht wert. Oh, der muss sterben. Oh, ich eh nicht, ich brauche Leben. Den nehme ich mir natürlich mit, Mann. Da sage ich natürlich nicht nein. Und da ich jetzt keinen Bock habe, unten wieder hoch zu klettern, mache ich das Ganze so. Moment mal. Was ist denn da? Hm? Wenn das schon so mies versteckt ist, was ist hier? Ein Leben! Das nehme ich auch mit. Kannst du bitte weg? Danke. Und weg. Ich wage mich heute aber ziemlich viel. Ich werde jetzt eh sterben bei dem Boss. Ganz klar. Wie viel Leben habe ich? Zwei. Okay, kann ich ja auch nicht einmal failen. De-de-de-de-de-de-le-le-le. der anfällig ich probiere zu sterben krieg ich ja ordentlich sehr gut hin muss ich sagen also besser kann es gar nicht gehen die 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 ich hasse weniger mann die 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 das hilft nicht probieren wir es mit dem metal blade Okay, probieren wir es damit. Oh, wisst ihr, was? Oh, komm. Ich glaube, ich nehme Energie-Tank. Nicht. Den, 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 den. Das ist... Oh, Mann. Okay, das nächste Mal nehme ich einen Energie-Tank. Muss ich, sonst bin ich gar beover. Ja, hart gefailt, ne? Den, 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 den. Du bist so ars und verlierst mega, Mann. Weil ich dich kontrolliere. Der bei mir wird so hart failt. Aua. Wie die... Ich weiß, was macht. Äh, okay. Ich sollte doch lieber alle waffen austesten anstatt zwei. Okay. Bloop. Ding. Hm, 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 hm. Deli, li, 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 li. D, 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 und wie ging er denn da vor die großen Augen? Crashbomba. Okay, Stage-Select. Okay, wer mache ich jetzt? Ähm. Hm, 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 hm. Ich glaube, Flaschmann. Fickman mache ich am Schluss. Okay, wir haben wieder die Musik hören. Jo, ich find die Musik schon geil Ähm Boom Nervt die Menschheit nicht da hinten Soll ich jetzt da hochkommen Da will ich aber hin Rutscht der ewig weit Oh lol Okay Da oben ist doch 100 pro Eng Warte So, mal gucken Vielleicht kann ich mich da irgendwie hochtrexen Wenn wir da richtig Tastet, nein Nein Hatte wo können, hatte wo können, hatte wo können Oh, da geht's natürlich Was ist denn da jetzt Ähm Sorry, aber dann nehme ich jetzt die Schnellschuss-Taste So was hab ich echt Nicht die Laune rum zu gammeln Oh ja, genau Huch Ich komme der scheiß Einstellung der Steuerung nicht zurecht So, jetzt geh ich aber da hin Toh, jetzt ist da natürlich nix Wetten Das sieht doch verlockend aus Und die richtige Taste erwischt Booh-booh-booh-booh-booh-booh-booh Oh Ohene, herrliche zack zack tada tada ja toll, riecht denn sowas und geht kaputt verliert was nützliches für mich ja, ich will doch nur das Ding kaputt machen ach komm, gib mir doch noch mal vorbein warum wollte ich links lang? doch nicht bin doch richtig gegangen nein, 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 nein sterf oha, ich bin so gut wenn denn da drüben links ist was? ja, der Tod wenn denn da oben ist irgendwas oh, schaff ich's oh Gott oh Gott geschafft oder? geilo wewewewewe okay C du sollst da dranschießen, nicht ein Symentar jetzt einfach nur noch darüber und da rein sooo und der nächste Boss kommt es geht doch recht zügig fahren ach Gott wie hässlich hallo das sieht doch vanillig aus macht ihr überhaupt irgendwas? so ein Schlingel bist du also oh, so leider sterren F. Get Equipment with Time Stopper. F. Get your weapons ready. F. Get your weapons ready. F. Get Equipment with Time Stopper. Oh, den habe ich so schwer in Erinnerung. So, sorry, da bin ich wieder. Es kam gerade ein ungewolltes Zimmer. Ich wette, das tötet mich. Hä? Cool. Oh Gott, geht nur weg. Speedrunen. Okay, Speedrunen mäßig. Wow. Wie soll ich denn jetzt hochkommen? Ich lege mich doch direkt runter. Achso, okay. Erhit mich mal, dass ich da rüber kann. Fick dich. Ich würde mal sagen, ich bin hier gerade hart am Failen. So, komm. Nein. Was ist denn das? Ach, sowas. Ach, mich. So, meine Freunde. Ihr dürft jetzt sterben. Oh, das ist doch so hässlich. Oh, das ist aber auch ungewollt mit der Tastatur zu spielen. Das will ich irgendwie haben. Guck mal her da oben. Oh, okay. Oh, ich muss ja nicht, dass da die... Oh, egal. Das ist eh kein Oma. Und jetzt quäle ich euch mit Nougat-Schokolade. Hm. Oh, natürlich wollen wir nochmal den hier. Hm, Schokolade. Ach, der Musik ist der Schokolade. Jo, ist doch ganz toll, ne? Oh, hallo, du. Du kannst mir aber gestorben bleiben, mein Junge. Mein Freund. Geh mal weg da. Oh, komm. Der Entwickler von Megamanke hat getötet, ey. Was ich den Leuten sowas antun kann. Ja, komm, dann geh nicht hoch. Mega-Mann. Mega-Women. Ja, das ist einfach. Das ging ja noch. Oh, ne, sag bloß, was kommt jetzt? Nein, oder? Oh, ja, kommt mal her. Oh, ja, lebe. Boah. Dankeschön. Das wollte ich nämlich haben. Hast du auch noch eins? Hast du Kekse? Dankeschön. Oh ja, genau, er deckt mich. Hm, der unten gefällt mir nicht. Oder so. Ne, da mache ich mich doch lieber einfacher. Geh kaputt. Okay. Okay. Noch ist es eigentlich recht einfach. Ne, dann behalte ich doch das hier mal. Oh, Gott. Ich wangst, das jetzt mehr. Ich wie ein Kaiser und die Blöcke und ich war am Blöcke gekommen. Oh, mein, da unten ist doch was. Ne. Hm. Hast du? Oh, ja, genau. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Mein Freund. Da kannst du mich mal. Oh. Ich glaube, das da reicht jetzt noch. Okay, merke. Nimm niemals ein Leben, wenn du kurz vor Verrecken bist. Gottes Willen war das gerade knapp. Ja, Leute, tut mir leid, wenn ich jetzt weniger rede, aber... Irgendwie muss ich der Schokolade hier noch nachtrauern. Warte mal, nach. C. Ja, C. Komm. Ich dachte, da wäre jetzt noch was gekommen. Okay. Ich... Ete... Schokolade. Hm. Oh, edel Nougat. Hm. Habt ihr auch Schokolade? Ja? Hey, Junge. Okay, ich vermute mal... Das bringt nichts. Ne, 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 ne. Hm, hm. Hm, ganz geil. Bringt das was? Na ja. Wow! Was soll denn da was bringen? Mutmann. Nö. Ermann. Hat mir doch schon immer geholfen. Ja, du Wichser. Fick dich. Jo, das... Ja, genau. Friss mein Pausenmenü. Du Arsch. Okay, was könnte man noch versuchen? Wie viel Leben hab ich? Gut. Wieso hab ich keine Änderung? Nein. Das glaub ich jetzt nicht. Oh. Nein. Wieso verliert man die? Oh, ich hab so hart Fällen im Game. Die, 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 die. Macht die so auch einen Schaden? Okay, dann bleibt die reguläre, normale Waffe. Die wohl effektivste. Ja, entscheidend ist die wirklich effektiv. Oh, der hat aber auch ein recht einfaches Muster, wenn man sie so sieht. Oh Gott. So, das Muster war recht einfach. Jetzt gönne ich mir Schokolade. Wollt ihr auch? Atomic Fire, Gold. Bling, 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 bling. Rosa Flash. Cool, hab ich jetzt schon wieder Glück gehabt. Hm, jetzt krieg ich jetzt Item 1. Oh mein Gott. Bin ich in die Messe drauf gekommen. 1 Get Equipment With Item 1 Oh mein Gott, bin ich gut. Oh mein Gott. Bubel und Fick, Mann. Oh, der Bubel, Mann. Bub, bub, blub, blub, blub. Bub, 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 bub. Bub, 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 man. Okay, höre Musik. Oh, der Hintergrund, der nervt voll. Okay, die fallen 100 Bauch runter. Oh, das war doch so klar. Der Hintergrund, der nervt voll. Ganz ehrlich. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Oh Leute, letztes Leben beendet. Die, 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 die. Gebeck. Oh, du kleine Wichskräute. Oh, sorry. Für den Ausdruck aber trotzdem, ey. Friss Blei. Und jetzt spring, Mega, Mann. Spring, spring, spring. Spring, spring. Gut. Sehr gut. Ich werd' angeschrieben. Moment. Okay. Ich hab grad eine R-SMS bekommen. Oh, geil. Ab ins Wasser. Oh, bitte gibt's hier nicht die Instant-Death-Bikes. Die haben wir Schildkotten. Oh, nein. Bitte nicht die Instant-Death-Bikes. Schrimps. Schrimps. Sorry, ich hasse Schrimps. Oh, komm. Ja, danke, Schrimbi. Meteroids, oh mein Gott. Ich werd' von Meteroids angegriffen. Ich hab' Angst zu springen. Ich hab' ganz ehrlich gesagt Angst. Na? Oh Gott. Ist es mein letztes Leben, stimmts? Ne, ich hab' noch eins. Aber trotzdem. Brauch' ich mir denn, äh, okay, glück's dich da noch ein. Du, 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 du. Okay. Okay. Gut. Wunderbar. Oh nein. Meteroids von oben. Was mach' ich? Wir holen nicht den F, wir holen das. Drücken auch schön die falsche Taste. Oh, na. Oh nein. Okay. Gut. Ich hasse Schrimps. Er kommt nur her, ihr Scheiß-Schrimbis. Ich hatte Angst zu sterben. Du kleine Kröte, Mann. Friss. Oh, hat nicht schon wieder der Hintergrund. Uah. Mr. Crabs, hallo. Wie geht es Ihnen? Geld, 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 Geld. Na, was machen Sie heute? Geld, 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 Geld. Und wie viel Leben sieht denn jeden Tag ein? Geld, 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 Geld. Ach so, ist das. Sieht immer noch runter, Wasser. Tatsächlich. Okay, gegen was könnte denn ein Wupple-Mann anfällig sein? Wut. Wenn ich so vom Pokémon gehe, war ja Wasser immer gegen Pflanzen anfällig. Vielleicht haben wir hier ja auch Glück. Nö. Okay. Ha? Nö. Er? Glaube ich ja nicht. Äh... Vielleicht denke ich, ich bin wieder total richtig. Oh. Stirb! Okay, das war einfach. Schleadi rauszufinden. Schnell getötet. Fehlt nur noch einer. Okay, wir spielen jetzt Megaman in den 80ern. Okay, und jetzt kommt nur noch Fickmann. Aber ich muss hier einen Unterbrach, im Moment. So, da bin ich wieder. Und ihr seht ein Maus. Maus, 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 maus. Jetzt habt ihr mal eine Epic-Maus gesehen. Fick, fick. Fick, fick. Fick, fick. Fick, fick. Määääääään. Okay. Oh, die Musik ist doch ganz okay. Wollt ihr es noch mehr? Okay. Was ist zum... Oh Gott, was ist das? Oh, bitte nicht das, wofür ich es halte. Oh, da wäre ich jetzt gerne hingekommen. Oh mein Gott. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Oh nein. Oh, super. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas, ey. Ich glaube, da sollte ich eher nach rechts ran, statt nach links, ne? Würde ich sagen, oder? Was würde ich dir sagen? Auch nach rechts, ne? Ja, finde ich auch. Fress deine Flamme, sonst macht das überhaupt Schaden. Wir sind mega, Mann. Mit großer Hackfresse. Boah, ich hasse Mega-Man. Nein, das ist alles deine Schuld, Fabi. Ach Gott, ich muss jetzt da lang. Bin jetzt noch rechts. Okay, wohin, 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 wohin? Leck mich. Wie soll das gehen? Da reicht doch die Zeit gar nicht. Zeit. Genau. Das ist es. Meine letzte Chance. Genau, gegen Gegner ran, weil ich sie lieb hab. Haha. Kuck, du kauf dir Aim-Bot. Cheater haben kleine Schwänze. Huch. Also jetzt hätte ich keinen Cheap-Boot für Mega-Man, ganz ehrlich. Ich glaube, jetzt hast du links, ne? Ja, links, 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 rechts. Nichts, links, links. Oh Gott. Oh Gott. AROOAA , natürlich nochmars though mit der Behinderten Musik Humpf Video Achtet mal auf die Augen von Mega MAN auf dem Leben Der guckt als wäre er böse. Oh, ich nehm dich trotzdem mit. So. Dann geht der Scheiß-Horror wieder los. Ne, gib mir mal da einen. Cool. Da kann man ja auch querschießen. Tatsächlich. So. Cool wär's, wenn man das Leben von der Verwandlung verlieren würde. Dann wär das viel einfacher. Dann wär das wie so einfach sein. Dann suchst du dich in die Hälfte. Warte mal, geht das? Ja, lass dich nicht treffen. Ich werd mich jetzt treffen lassen, dann runterspringen. Weil ich dann einen Energietank bekomme. Aber irgendwie haut das nicht hin. Okay, dann springen wir hier wieder. Eindrucksvoll rein. Da drüber. So, ich mach den Ton jetzt auch für mich selbst leiser. Boah. Ich hatte den jetzt grad ziemlich laut. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Cool, das Hunszucker. Geil du. Okay, das hätten wir dann mal geschafft. Hab ich das Leben wieder ausgeglichen. Und hab ein Energietank mehr. Ja. Okay. 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 Danke fürs Leben. Warte, nicht noch einer. Oh, das brauch ich jetzt grad nicht. So. Also. Dit dit dit. Okay, links 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 dann kann ich ja frees an dann kann ich das schön einkassieren nein bitte lasst es jetzt zu ende sein bitte lasst es jetzt nicht mehr kommen der ist mir jetzt gerade scheißegal ja das nehme ich dann doch lieber mal mit ja super f*** euch einfach nur oh dr wichs dr behindert ok ich probiere jetzt das kranke effi freeze ok f*** man komm mal her friss lol ja hätte ich das vorher gewusst praktisch nur da rein ist mir egal bumerange 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 nicht töten nicht töten das ist nicht nett nein dann bin ich jetzt eh gestorben entweder bin ich in ihn reingesprungen oder die dinger hat mich getötet wo hat es eingetreten die dinger hat mich getötet 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 du töten nein 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 ja genau springen erstmal ins face rein du penis ja dann treff ihn nicht mega mann Alles gut! Geht doch! Tille, lele, lele, le la! Lele, 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 leum! Oh, ich bin ein langer Zug. Boomerang. Okay, sind wir jetzt... Garig? Nur mal so, das ist doch stark Garig. Oh mein Gott. Was ist das? Ja, 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 guck mal in den Augenbrauen, ja, 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 ja. Ja, Doktor Wille. Doktor Nelly. Oh nein. Oh. Die. Ja, ich werde hier jetzt eigentlich den Schnitt machen. Und das in der nächsten Folge machen. Also sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder, also. Bis dann! Vielen Dank.